Justice League ist der mittlerweile fünfte Eintrag im Filmuniversum von DC, dem sozusagen quasi Pendant des MCU von Marvel. Und wenn man es jetzt chronologisch betrachtet, der direkte Nachfolger zu Batman v Superman. Wonder Woman spielt so ein bisschen mit rein, Suicide Squad völlig irrelevant und Man of Steel. Ist eben quasi auch dazu dann wieder die Vorgeschichte zu Batman v Superman. Leute werden das bestimmt wissen, wenn sie sich dann in den letzten Jahren so ein bisschen damit beschäftigt haben. Und sprechen wir das Offensichtliche erstmal an. Batman v Superman kam nicht gut weg. Ich persönlich mochte ihn, da kommen wir dann gleich noch ganz kurz dazu. Und deswegen hat dieses ganze DC-Universum einen schweren Stand im Kino. Und auch obwohl Wonder Woman jetzt ziemlich gut ankam, möge ich zu behaupten, dass jetzt auch im Vorhinein zu Justice League die Stimmung jetzt nicht so positiv war. Aber jetzt ist der Film ja draußen und alle haben ihn gesehen, zumindest alle, die es jetzt so brennt interessiert. Deswegen lasst uns drüber reden. Und ich hau da jetzt mal voll auf die 12 und sag, Justice League ist nix Neues. Es erzählt genau das, was jeder andere Film im Superhelden-Genre vor ihm auch schon irgendwo erzählt hat. Und es ist jetzt auf einmal mit Humor und es ist viel mehr denn je wie das MCU, würde ich jetzt mal so ganz tendenziell sagen. Was nicht zuletzt auch daran liegt, dass Joss Whedon, der Regisseur von den beiden Avengers-Filmen, auch noch seine Hand mit drin hat. Da gab es ein paar Produktionsprobleme bezüglich Zack Snyder. Aber, und das hörte sich jetzt alles relativ negativ an, was ich dazu sage ist, viel mehr will der Film aber auch letztlich überhaupt nicht sein. Und das macht ihn, finde ich ganz persönlich, fast schon wieder ein bisschen sympathisch. Das heißt ein bisschen. Ich finde es zum Beispiel einfach nur konsequent, dass es in dem Film absolut keine Subplots gibt. Es ist eine stringente Geschichte, die vielleicht einen kleinen Zweig im zweiten Akt macht, wenn es dann, ja, Henry Cavill ist im Film und er spielt Superman. Wenn es dann eben um Superman geht, da werde ich überhaupt nicht sagen, worum es geht und was gemacht wird sozusagen, weil das auch in den Trailern völlig abgeschottet wurde. Da vielleicht so ein kleiner Subplot, aber es gibt nicht wie bei Batman v Superman irgendwie ganz viele verschiedene Charaktere, die alle irgendwo was machen und letztlich wusste man dann nicht mehr so genau, was machen sie und wieso machen sie es. Und genau darin in dieser Ausrichtung, in dieser quasi Neuausrichtung oder müssen wir dann schauen, ich sage jetzt einfach mal, in der speziellen Ausrichtung dieses einen Films ist eben der Fokus Unterhaltung, ein paar Lacher und Action. Und insofern finde ich, ist das irgendwie für DC jetzt ein kleiner Offenbarungseid, wenn man bedenkt, dass sie mit Man of Steel schon, ich würde sagen, eine relativ unkonventionelle Origin-Story erzählt haben und dann mit Batman v Superman eben weitergingen und das muss man dem Film bei allem lassen, eine extrem ambitionierte Geschichte erzählen. Und jetzt mal ganz davon ab, inwiefern sie gut erzählt wird, das hat für mich im Extended Cut dann nochmal besser funktioniert und das eben auch der Punkt, an dem ich einsteige und sage, Das genau mag ich an Batman v Superman, dass der sich von dem Genre, von den Genre-Konventionen des Superhelden-Kinos losgelöst hat, ohne das jetzt irgendwie postmodern aufzugreifen, wie es jetzt meinetwegen Deadpool macht. Oder auch Thor Ragnarok gemacht hat, gerade noch vor zwei Wochen und eben jener Justice League geht jetzt hin und schmeißt all diese Ambitionen, sage ich mal, über Bord da irgendwas ausgefeiltes zu erzählen und sagt, Das ist unser Antagonist, der will genau das erreichen, das sind die Figuren, die zusammenfinden müssen. Jetzt gibt es eine Stunde, in der die Figuren zusammenfinden und dann gibt es eine Stunde voll auf die zwölf. Und mehr ist es nicht. Das kann man jetzt positiv und negativ sehen für all die, die sich mehr solcher Marvel-Light-Heart-Unterhaltungsfilme wünschen. Den kann ich nur sagen, guckt euch das Ding mal an, das würde euch wahrscheinlich gefallen. So rein thematisch jetzt einfach, wie die Filme, welche Grundattitüde sie an den Tag legen. Und ich muss sagen, ich fühle mich so ein bisschen übergangen, weil das, was ich mit DC, an diesen DC-Filmen, auch wenn sie nicht immer wirklich gut waren, am meisten, am höchsten angerechnet habe, war eben, dass sie neue Wege gehen wollten. Und vielleicht auch immer noch wollen. Keine Ahnung. Trotzdem kann man ja jetzt so fair sein und ich werfe jetzt mal meine eigenen Sachen über Bord und sage, trotzdem war der Film irgendwie ganz gut. Der Comic-Relief passt, mit Flash hat man da einen neuen. Und auch die Dynamik in der Gruppe mit Cyborg und Aquaman noch zu Wonder Woman und Batman. Das funktioniert alles ganz gut und da bilde ich mir auch ein, diese Joss Whedon-Selbstreferentiellen Dialoge so ein bisschen drin gesehen zu haben. Aber ich schätze einfach mal, dass die Tonalität des Filmes auch vorher schon eher dieses Light-Hearted war. Wenn der Film dann mal ernster wird, finde ich es aber auch trotzdem gut. Gut, da hat er auch wirklich gute Momente, vor allem dann, wenn Superman kommt, zwischen Superman und Batman gibt es dann so ein, zwei kleinere Momente, die ich ganz, ganz gut fand. Und auch insgesamt gibt sich der Film Mühe tatsächlich, jedem der Justice League so einen kleinen Bild abzugeben oder so eine kleine, kleine Charakterschwäche, die er im Laufe des Filmes überkommen muss. Aber auch da hat er keine Ambitionen und dementsprechend scheitert er letztlich auch an nichts. Und das ist so ein bisschen das Problem, an dem Justice League so ein bisschen unantastbar ist. Der nimmt sich fast nichts vor und das schafft er dann ganz gut. Und dann kann ich letztlich auch nicht hier jetzt hingehen und sagen, ja, aber eine tiefer gehende Story hätte ich mir gewünscht. Und eine Meta-Ebene, wo noch irgendwas transportiert wird. Nö, ist halt nicht. Viel mehr ist es nicht. Und vielleicht noch so ein Narrativ, was passiert so, wie passiert es, gab es noch einige Momente, wo ich halt dachte, so auch wieder der Batman-Vs-Superman-Vergleich. Der ist ambitioniert erzählt, aber scheitert halt daran, diese ganzen Ambitionen in den zweieinhalb-Stunden-Film zu pressen. Und hier ist es teilweise so, dass ich sage, das ist jetzt nur ein Zwei-Stunden-Film, der jetzt sehr, ja, ich sag mal, konventionell erzählt ist. Aber auch da gibt es Momente, wo ich mir dann so dachte, okay, ich habe jetzt gerade nicht kapiert, was von A zu B passiert ist. Sind aber meistens auch nur so Momente, wo ich jetzt sage, wie kam Charakter A von hier nach da? Oder was war jetzt gerade der Auslöser davon, dass das passiert ist? Kann man drüber hinwegsehen? Fand ich alles in allem eigentlich in Ordnung. Aber trotzdem noch so ein paar Sachen, die wir jetzt durch den Kopf gehen insgesamt. Der Antagonist war halt sehr generisch, aber das war irgendwie, ja, es ist halt erstens eine Armee und zweitens ein Bösewicht, der jetzt, es war so Ultron, so aus Avengers 2 oder Apocalypse, aus X-Men Apocalypse. Selbst die Riege von Antagonist war es. Ansonsten fand ich noch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unpassend, aber ich persönlich mochte nicht so, dass selbst Ben Affleck's Batman, der mir trotzdem wieder gefallen hat, auch Comic Relief war plötzlich. Musste für mich nicht sein, hätte für mich können so der Fels in der Brandung sein, aber auch hier sage ich, okay, wenn sie die Entscheidung treffen. Ich fand ein paar Gags witzig, manchmal waren es auch so One-Liner, wo ich echt so dachte, ja, okay, hätte man sich können sparen. Und das ist auch so die generelle Stimmung zu Justice League, muss ich sagen, so, ja, ist eigentlich okay, aber weiß nicht so. Also, mir fehlt halt eben irgendwie einfach dieser Mut, den Batman wie Superman bei allem Scheitern, dann, was er letztlich dann in Augen vieler Tat ausmachte. So habe ich jetzt, glaube ich, angefangen. Und dass hier jetzt eben so der vermeintlich einfache Weg, einfachere Weg gegangen wird, so, um Zuschauer in den Kinosessel zu kriegen, weil du natürlich mit diesem Comedy-Aspekt und mit diesem Spaß, den der Film irgendwie vermittelt, und das tut er tatsächlich, er ist sehr unterhaltend, fand ich, und auch sehr kurzweilig, ist es natürlich einfacher, irgendwie Zuschauer ins Kino zu kriegen, aber ist jetzt auch nur eine Verschwörungstheorie von mir. Ansonsten, ich spreche es auch mal noch an, ich habe schon ein paar Reviews geguckt, bevor ich im Film war. Ja, die Effekte sahen jetzt nicht so großartig aus in manchen Teilen. Ich bin da sowieso abgehärtet, weil ich sage, letztlich muss man immer abstrahieren, ob da jetzt das Batmobil gegen eine Wand fährt oder ein Spielzeugauto gegen Pappe. Es ist dieselbe Erzählung so und es ist natürlich super hart ausgedrückt. Wahrscheinlich will ich genau zu der Thematik noch ein Video machen demnächst. Mal schauen, ob ich das noch irgendwie auf die Reihe kriege. Dann dazu mehr. Wie gesagt, die Effekte waren jetzt nicht so gut. Wenn ihr persönlich Wert darauf legt, dass die Filme perfekt aussehen, dann wird es wahrscheinlich nicht so geil für euch. Mir ist es, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ egal, womit ich jetzt weniger die Arbeit der Effektleute in den Schatten stellen will, sondern mehr einfach sage, ich bin wirklich der, der völlig von diesem narrativen Standpunkt auskommt und untersuchen will, was macht der Film, was hat der Film sich zur Aufgabe gemacht, packt er das? Und da spielen, bei dieser generellen Ansicht spielt die Tatsache, ob die Effekte jetzt gut waren, eher weniger eine Rolle. Aber wie gesagt, vielleicht kommt da noch ein Video dann gesondert dazu. Das war es zu Justice League. Insgesamt ein Film, den man machen kann, der niemandem wehtut, aber der auch niemandem im Gedächtnis bleibt. Wäre jetzt meine Einschätzung des Ganzen, zumindest für mich, fühlt es sich auch so ein bisschen vergesslich an. Szenen gehen und gehen und gehen vorbei. Sechs von zehn. Sechs von zehn, sage ich. Ich würde gern sieben, aber gerade die Tatsache, dass ich sage, wirkt ein bisschen belanglos und ein bisschen vergesslich einfach. Und das meine ich jetzt gar nicht allzu böse. Das war es. Wir sehen uns allerspätestens zum Monatsrückblick wieder nächste Woche. Vielleicht kommt davor noch dieses Video, das ich die ganze Zeit angesprochen habe. Aber das war es. Schreibt gerne in die Kommentare. Batman v Superman. Justice League. Gebt ihr mir recht. Redig Blödsinn. Naja, diese ganze Interaktion und so. Ihr wisst das. Liked das Video, abonniert den Kanal und tschüss. Bis bald. Warfl nicht mir das Video, ich glaube schon mal damit. gì Doc?